Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute das Thema Affiliate-Marketing. Laut Wikipedia, Affiliate-Marketing ist ein System, wo du innerbetrieblich als Vertriebsart nutzen kannst. Wenn du einen Kunden hast, der dein Produkt, deine Dienstleistung gekauft hat, ist, somit kann dein Kunden es wieder weiterverkaufen und verdient damit sein Geld. Gerade in dem Online-Business ein ganz großes, ganz großes Tool, um passives Einkommen zu generieren. Aber es gibt dutzendliche Produkte über Affiliate-Marketing, was man nutzen kann. Amazon. Wenn du ein Produkt bei Amazon kaufen tust, kannst du es weiter empfehlen. Verdienst du auch dein Geld damit, wenn du in dem Programm bist, natürlich. Natürlich, bei Amazon ist das so, du verdienst wenig an Marge. Bei Digistore oder Coupcard ist das anders da. Da gibt es 5% bis 10% oder 50%, je nach digitalem Produkt oder physischem Produkt. Ja, gibt es. Jetzt gibt es auch Tickets, wo man Affiliate-Partner werden kann. Ich hingegen bin Affiliate-Partner und Ventor, aber habe auch andere Produkte von anderen, wo ich empfehle. Zum Beispiel im Buch und so weiter und so fort. Genau. Man kann damit ein krasses Einkommen, passives Einkommen generieren und sich nebenbei ein Business aufbauen. Das funktioniert über Google AdWords, Facebook-Marketing und so weiter und so fort, E-Mail-Marketing, Blog-Beiträge und so weiter und so fort. Das zu dem Thema Affiliate-Marketing. Wenn du wer wissen willst, ja, dann lass ein Abo da, ein Kommi, gib dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Michael.